Hallo, heute am 2. April ist der OSPA Girls Day, drüben in der Bertha von Suttner Halle, da steppt der Bär, da kämpfen unsere Grundschulmädels um den ersten OSPA Girls Cup. Und hier haben wir unsere Kita-Mädels gemeinsam mit ihren Müttern versammelt, zum ersten Mutter-Tochter-Festival. Wir haben acht verschiedene Stationen, jede Station hat einen Ball und mit diesem Ball machen Tochter und Mama eine kleine sportliche Aufgabe. Ruhen sich ihren Stempel ab, ihr hört's, ihr seht's, hier steppt der Bär, die Kinder haben richtig Spaß, wir freuen uns, dass so viele dabei sind heute und einen tollen Tag mit uns, mit den Bällen erleben. Bis zum nächsten Mal.